So, jetzt aber endlich, nach Tagen, teste ich jetzt endlich eine schöne Köderkombination, beziehungsweise verschiedene Köderkombinationen von einer Aromatik, die mir vor Tagen schon der Devilos gesagt hatte und meinte allen, teste doch mal. Pfirsich, hat er gesagt. Pfirsich. Auf, Karpfen, schön, Pfirsich. Und weil es ja vom Pfirsich so vieles gibt, wobei es gibt, naja, es gibt so milchigen Pfirsich und würzigen Pfirsich und solche Sachen. Und jetzt wird es einfach mal Zeit. Jetzt muss ich auch einfach mal testen. Also, verschiedene Kombinationen auf den drei verschiedenen Routen mit Pfirsich oder mit Pfirsich, also würziger Pfirsich plus Gewürz. Gucken wir uns alles gleich im Detail an, was denn da so geht und wie das denn so geht. Ziemlich mieses Wetter gerade. Ich hoffe, es wird gleich noch ein bisschen angenehmer und nicht ganz so, nicht ganz so mies. Die ganze Zeit Regen, Dauerregen hier. Ich glaube, da geht auch schon mehr, wobei der erste Test, die erste halbe Stunde sozusagen, es fängt sofort gut an. Erster Fisch, direkt mal einen Geister Schuppenkarpfen. Ja, und eine Trophy war auch schon mit dabei. Von daher ist das doch gar nicht so verkehrt. Also bisher schon ganz okay. Geister Schuppenkarpfen auf Köderkombination würziger Pfirsich 20 Soluble mit Gewürzmischung. Spiegelkarpfen Trophy, Pfirsich und Kräuter Pop-Up und Gewürzmais Pop-Up. Mal wieder was ganz anderes. Also, ihr seht, ganz unterschiedliche Köderkombinationen. Es gibt sogar was hier, das ist jetzt hier gerade mit Boily, also Boily und Pellet in Kombination. Also, es gibt verschiedenste Möglichkeiten, ob man hier mit der klassischen Haarmontage unterwegs ist oder eben mit Pop-Up Rigs. Also verschiedene Möglichkeiten, das Ganze hier zu testen. Natürlich habe ich auch eine Futter-Mische zusammengebastelt. Da gucken wir auch gleich rein. Ich habe sogar zwei Futter-Mischen zusammengebaut. Gucken wir uns gleich natürlich an im Detail. So, erstmal jetzt hier wieder aus Straffen das Ganze. Der Spot sollte doch bekannt sein, oder? Wenn das nicht ein bekannter Spot ist, dann bist du kein Karpfenangler. Also, 83, 145, einer der wichtigsten Spots am Bernsteinsee. Okay, hier will man sein, das ist der Place to be für die normalerweise eigentlich immer ganz großen Brocken. Also, hier geht eigentlich gerne mal was rein. Da ist es auf der Map. 35 Meter werfen, 35 Meter der Clip und dann lüppt das Ganze auch. Dann läuft das hier auch richtig gut. Gut, also, Köder-Kombi machen wir gleich nochmal. Brauche ich Futter-Mische? Noch nicht. Ich warte nochmal ein bisschen ab mit der Futter-Mische. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Zack, nächster geht rein. Jawohl. Und er hat wieder Bock. Sehr, sehr schön. Hier natürlich gerade die größte Kombination sozusagen. Die größte Köder-Kombination mit Pfirsich und Gewürz. In Beuligrößen, beides mal 20 und dementsprechend gehen hier natürlich auch dann die größten Fische drauf rein. Die größten Karpfen beißen dann, ja, oder am ehesten mal eben auf diese Köder-Kombi. Die merkt man einfach durchschnittlich. Ja, wie gesagt, wir gucken uns das gleich im Detail mal an, was da alles noch drauf mischbar ist und was es alles in Richtung Pfirsich gibt. Ich hoffe ja natürlich noch auf irgendetwas Seltenes. Das wäre ja natürlich der Oberhammer. Ich meine, gerade Spiegelkarpfen-Trophy auch nach langer Zeit mal wieder ist auch nicht schlecht. Nehmen wir natürlich auch gerne mit, aber im Großen und Ganzen, ja, die Seltenen, die machen es natürlich aus. Die wollen wir haben. Also, 35 Meter Clip. Wir werfen in Richtung von dem Anleger. Einfach locker ausgeworfen. Hoppala, nicht so doll. So. Zack. Einfach locker raus. Locker in den Clip. Ein bisschen nachspannen und dann passt das doch schon. So. Und ihr seht, es läuft und es läuft und es läuft auf verschiedenste Kombinationen der Aromatik. Pfirsich plus Gewürz oder Pfirsich, Pfirsich. So. Die beiden ziehen wir nochmal eben raus, würde ich sagen. Noch sieht das auch ganz gut aus hier. Aber wir ziehen die auch locker raus. Wir wollen es ja nicht übertreiben. So. Schön immer rein in den Blank, das Ganze hier. Jawohl. Schön immer rein, damit die Kopfschläge in den Blank gehen. Dann habe ich ja hier in Verwendung eine Monoschnur. Das heißt, es gehen noch mehr Kopfschläge einfach in die Monoschnur. Die hat ja so einen Gummieffekt, so ein bisschen diese Monoschnur. Und dann dämpft das Ganze so ein bisschen mehr ab. Und hakt natürlich auch gut, weil halt, ja, diese Schläge nicht so sehr dann am Gebiss, am Maul vom Fisch rumreißen, sondern das Ganze einfach ein bisschen weicher geht. Und dementsprechend schlitzen doch hoffentlich nicht so viele aus. Trotz allem immer schön rein in den Blank gucken. Und es läuft weiter. Ja, und es läuft und es läuft. Sechs Uhr morgens und der Karpfen, der Lachs, der lübt, der Karpfen, der läuft. So soll das auch sein. Perfekt. So, jetzt gibt Gas. Ich will noch hier die Köderkommis zeigen. Ich glaube, hier oben sieht man es auch schon so ein bisschen. Das ist hier jetzt gerade die Kombination Pop-Up Rigs, die Basic Pop-Up Rigs. Also ganz normal mit Boily und Maiskorn. So, komm mal ran hier. Ich glaube, der nächste Spiegler. So, komm, 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 komm. Schön locker rein hier, jawohl. Nicht so viel Speed geben. Sondern ganz normal kurbeln. Also jetzt hier nicht irgendwie großartig mit Shift reinkurbeln oder sowas. Sondern einfach ganz normal ranziehen die Bron. So. Na, komm. Zwölf Kilo. Perfekt. So, bevor ich jetzt die nächste Route nehme, gucken wir hier kurz rein. Einserhaken, ganz normal simpel. Man könnte natürlich auch ein bisschen größer gehen. Vielleicht auf einen Eins-Nuller oder sowas. Wobei Einserhaken absolut ausreichend ist. Zwanziger Pop-Up Boily mit Pfirsich und Kräuter. Und dann hier Gewürz als Maiskorn. Und hier einfach nur Würziger Pfirsich als Dip. Das funktioniert schon mal richtig gut. Wie gesagt, 35 Meter Clip. Und raus damit. Zack. Nächstes Ding. Was haben wir hier? Auf der Mitte. So. Das gucken wir uns auch gleich im Anschluss an. Den ziehen wir mal eben raus. Der ist jetzt nicht ganz so riesig. Zack. Ja. Der ist einfach mal eben durchgezogen. Und hier haben wir die Kombination mit, auch wieder Einserhaken, Würziger Pfirsich 20 auflösend und Boily Gewürzmischung 20. Also das in Kombination, weil wir ja Würziger, also Gewürzpfirsich, Würziger Pfirsich, deswegen nehmen wir auch Gewürz mit dazu. Und Würziger Pfirsich als Dip. Und deswegen passt das halt eben nochmal ganz gut dazu, dass wir eben auch Gewürze als Köder nehmen. So. Raus damit wieder. 35 Meter natürlich. Und auf der 3. Zack. Auch wieder auflösend. Das hier ist jetzt nochmal ganz die Basic, die klassische Haarmontage haben wir hier. Oha. Da ist aber ein kleiner Boy. Kriegen wir das gleich vielleicht noch ein bisschen verändert. Wir gucken nochmal eben rein. Hier haben wir eine Kombination geradeaus 18er Pellet. Und da gucken wir gerade nochmal. Haben wir denn hier Pfirsich? Ne, wir haben nur die 18er. Achter, Vierer, 18er. Aber eben hier noch Würziger Pfirsich wieder Soluble. Wir kriegen ja bei der klassischen Haarmontage eben auch hier die auflösenden Boilies hin. Das Ganze natürlich wieder in Kombination mit Würzigen Pfirsich als Dip. Und jetzt gucken wir gerade nochmal rein. Wir nehmen schon mal eine Futtermische wieder mit rein. Ähm, ich habe bisher 5, 6, 7, 8. Ich habe 8 mal Futtermische ausgeworfen. Nehmen wir das nochmal. 35 Meter, jawohl. Jetzt haben wir hier 10 mal Futtermische drin. Also 20 Bällchen oder 200 Gramm. Egal wie man das halt auswirft. Insgesamt sind es jetzt 200 Gramm Futter an dem Spot. Ich denke mal so in den Morgenstunden kann man das einfach nochmal wieder ein bisschen nachfüttern. Und dann werde ich vielleicht, ich werfe gleich noch einmal PVR nach. Und dann aber erst wieder gegen 16 Uhr nachfüttern. Ja, wenn wir also reingucken, was haben wir denn bei dem ganzen Pfirsich? Hier sehen wir alle Kombinationen, alle Möglichkeiten. Man kann natürlich auch sowas hier mal machen. Mit dem milchigen Pfirsich. Warum nicht? Auch vielleicht einfach mal mit reinmischen. Oder eben hier Pfirsich und Kräuter. Das haben wir dabei. Hier würde es sogar gehen. Pfirsich und Kräuter. Nicht als Pop-Up. Wenn ich das als sinkend nehme. Sinkende Boilies. Könnte ich hier ein 20er oder 25er sogar nehmen. Pop-Up Boilie 25. Doch, gibt es hier auch noch. Wo hatte ich den gerade? Achso, bei den Pellets. Da waren das nur die kleinen. Aber ansonsten könnten wir hier sogar noch deutlich größer reingehen. Die Frequenz nach unten drücken. Aber dafür vielleicht die Chance auf eine Trophy. Die erhöhen. Würziger Pfirsich sonst nochmal. Und würziger Pfirsich Soluble. Auch hier natürlich die Möglichkeit einen Snowman Rig zu machen. Einmal einen sinkender Boilie mit einem aufsteigenden Boilie. Schon hätte man hier einen Snowman Rig. Oder eben ganz normal, ganz klassisch hier. Mit Pop-Up Rigs. Dann eben auch hier mit fluoreszierendem. Oder eben hier milchiger Pfirsich Gelb. Also hier gibt es ganz viele Maiskörner auch nochmal. Auch das kann man sicherlich nochmal extra testen. Inwieweit oder welches von den Maiskörnern hier am besten funktioniert. Auch hier von der Futtermische. Da gibt es auch nochmal eine ganz schöne Palette. Also wir können hier einfach alle Größen. Vierer, Achter und dann hier den Zwölfer Palette nehmen. Eins, zwei, drei. Da haben wir hier schon mal die Futtermische zusammen. Dann haben wir hier nochmal zwei Variationen. Wir könnten natürlich einmal Karamell, also süßliche Pfirsich-Soße nehmen für die Futtermische. Oder wir nehmen für das Futter dann auch noch Gewürz. Weil wir sind ja mit Gewürz und würzigen Pfirsich unterwegs. Und dementsprechend habe ich dann auch die Futtermische halt angebaut oder zusammengebaut. Würzige Mische. Wir gucken mal eben rein. Das hier ist Roggenkleie als Basis mit den ganzen Feed-Pellets plus würzige Futter-Pellets. Die gibt es dann auch eben nochmal extra. Oder würzige Futter-Pellets. Und dann Gewürz. Und das andere, die andere Kombination ist dann eben das gleiche. Alles nochmal genauso, aber eben als Aroma nochmal Karamell-Pfirsich. Also einmal Aroma Karamell-Pfirsich, einmal als Aroma Gewürze. Und das sind die beiden Futtermischen. Beide Futtermischen habe ich drin. Mit beiden Futtermischen habe ich angefüttert. Jetzt muss ich hier gleich nochmal gucken, dass ich dann gleich die andere Futtermische auch noch mit dazu nehme. Also in beiden Kombinationen eigentlich das gleiche drin, bis auf das Aroma. So, und jetzt müssen wir hier natürlich eben gucken, dass wir hier dann das Futter einfach nochmal eben tauschen. Hier ist jetzt das Aroma drin mit dem Karamell-Pfirsich. Und jetzt kommt hier die Futtermische nochmal rein mit dem Gewürz. So, und dann haben wir doch hier den Spot nochmal schön für die Morgenstunden reaktiviert. Oder nochmal ein bisschen mehr gepusht. Und hier ziehen wir jetzt schön Stück für Stück den nächsten raus. Und ich würde sagen, ich bin mega zufrieden. Richtig, richtig nice. Kann man also wirklich gut machen. Und das Ganze ist jetzt tatsächlich schon Tage her. Ich hoffe, das funktioniert auch noch ein bisschen länger hier. Aber solche Kombinationen, wie auch zuletzt das mit dem Berghonig, auch das war ja richtig simpel. Aber weil es so simpel ist, ist es auch so gut. Also auch das hat ja wirklich gut funktioniert. Und das jetzt hier mit dem Pfirsich. Tja, recht simpel. Einfach alles, was in Richtung Pfirsich ist, kombinieren. Und eben auch sinnvoll kombinieren. Und dann rausziehen die Bron. Einfach mal gucken, was denn hier noch so geht. Wie gesagt, mit dem Pfirsich. Ja, läuft. Läuft, läuft, läuft. Und wenn man dann, wie gesagt, auch die größeren haben will und ein bisschen mehr Geduld mitbringt, mehr als ich, dann nimmt man eben hier die deutlich größeren Boilies noch mit rein. Und dann hat man hier vielleicht noch mal eher die Chance auf dicke, fette Trophies. Joa, so sieht es jetzt aus. 42 Minuten. Und in 42 Minuten bringt das Ganze 380 Silber bisher. Das ist doch schon ganz vernünftig. Kann man machen. Die eine Trophie ist mit dabei. Und ansonsten, joa, gar nicht so verkehrt. Ich hoffe natürlich auf mehr Seltene. Ist ja ganz klar. Und zack, die hauen wir jetzt schon mal raus. Ich renne direkt wieder zurück und mache da jetzt einfach noch ein bisschen weiter. Da geht noch einiges. Ja, und wo ich hier an den anderen Spots vorbeirenne, auch das gehört natürlich mal getestet. Also teste du doch mal. Schreib unten in die Kommentare. Wie sieht es denn hier aus mit dem Anleger auf 15 Meter? Ja, ratzfatz einfach mal den Pfirsich raus. Oder oben, ganz oben in der Mitte auf 132. Zack, 9 Meter, 15 Meter, 20 Meter. Auch da einfach mal testen, wie das denn hier mit dem Pfirsich so funktioniert. Petri Lümmels, wenn es geholfen hat, Daumen zu lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch, Montags, Mittwochs und Freitags immer ab 19 Uhr. Petri. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.